Hallo und herzlich willkommen auf dem PEW Review Kanal. Wir sind am Ende unserer Kürassierreihe angekommen. Das Ganze mündete dann natürlich bekannterweise in den Ersten Weltkrieg und dementsprechend änderten sich auch die Uniformen der Kürassiere von einem relativ auffälligen Erscheinungsbild zur feldgrauen Uniform wie bei allen anderen Truppengattungen auch. Und darüber werden wir euch heute berichten. Dazu haben wir wieder unsere Gäste da, der Kürassier Olaf und der Kürassier Heinrich. Die Uniformierung der Kürassiere im Ersten Weltkrieg unterscheidet sich natürlich optisch deutlich von denen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Man ist von einem sehr auffälligen Gesamtbild auf etwas Dezenteres zurückgewichen, obwohl hier dann doch sehr viele elementare Alleinstellungsmerkmale gleich geblieben sind. Da fangen wir einmal hier an. Der Offizier des Kürassierregiment Nummer 4 trägt hier den Waffenrockmodell 1910. Man erkennt hier zum Beispiel noch die Kürassierborte am Hals und an den Aufschlägen. Ebenso typisch wie das Kürassieregiment Nummer 4 sind dann halt die silbernen Knöpfe, die hier dann abgemattet wurden, damit sie nicht mehr so auffällig glänzen. Des Weiteren trägt der Kürassier hier eine Stiefelhose, Ledergamaschen und die dazugehörigen Schnürschuhe. Hier muss man dazu sagen, dass bei dieser Ausführung eines Kürassieroffiziers die Trageweise dargestellt wird, wie sie dem eines Grabenoffiziers entspricht, sprich mit privatbeschaffter Pistole, mit einer Zweidornkoppel anstatt der hervorgeschriebenen Feldbinde und dem Luftschiffer Seitengewehr mit dem Offiziersportepä. Das Luftschiffer Seitengewehr wurde von Offizieren oft bevorzugt, da es deutlich kleiner war als die anderen Seitengewehre, die zum Beispiel bei der Infanterie oder bei den Pionieren getragen wurden. Ein weiteres bei dieser Darstellung auffälliges Merkmal ist noch die weiße Mütze der Kürassiere. Die wurde aus zweierlei Gründen getragen. Zum einen, um an die Kürassierregimenter selbst zu erinnern und zum anderen natürlich waren Kürassiere auch Elite-Truppen zum Schluss. Sie hatten eine Elite-Ausbildung, dementsprechend haben sie auch solche Sachen wie Grabenüberfälle gemacht und da der Kürassieroffizier in dem Bild dann natürlich dementsprechend ein Sturmtruppenführer war, hatte er diese Mütze, um bei Sturmangriffen im Eifer des Gefechts eine gewisse Auffälligkeit zu haben, damit er von seinen eigenen Leuten erkannt wird. Als Seitenbewaffnung trägt der Offizier hier einen belgischen Lizenznachbau einer Selbstladepistole von Browning. Diese wurde dann privat beschafft und nicht von den Kammern ausgegeben. Wir haben hier noch einen weiteren Kürassier, einen Kürassieroffizier, einen Oberleutnant. Das erkennt man an der Schulterklappe und an dem Pickel, der hier noch drauf ist, der ihn dann von einem Leutnant unterscheidet. Man erkennt immer noch, dass es sich hierbei um das Kürassierregiment Nummer 7 handelt, auch wenn dieser Offizier hier eine feldgraue Mütze trägt. Diese wurden bei den Kürassierregimentern später so gefertigt, dass die Vorstöße, die bei anderen Einheiten, zum Beispiel rot war bei der Infanterie, diese wurden hier noch weiß gehalten, um an die Waffenfarbe der Kavallerie der Kürassiere zu erinnern. Er trägt eine sehr vorschriftsmäßige Uniform, und zwar eine Uniform in der Modell-15-Ausführung mit dem Reset der grünen Kragen, der Offiziersfeldbinde in Leder und silberner Schließe. Auch hier wieder das Luftschiffer Seitengewehr mit Horngriff und einem deutlich kleineren Porte P. Weiter unten ist dann wieder die Stiefelhose und die dazugehörigen Offiziersmarschstiefel in Privatbeschaffung. Bei dem Kürassier, den wir euch davor gezeigt haben, der noch das Modell 1910 trug, der hatte natürlich noch die Knöpfe entsprechend des Regiments getragen. Bei diesem Jackenmodell war die Knopfleiste natürlich verdeckt, außer die Knöpfe auf den Brusttaschen, die waren dann entsprechend abgetarnt. Als Seitenbewaffnung trägt der Kürassieroffizier hier die Dienstpistole 08 im Kaliber 9mm Parabellum. Die gesamte Kavalerie der Preußischen Armee hat im Ersten Weltkrieg völlig neue Aufgaben bekommen. Man muss sich vorstellen, der Kürassier, wie andere Kavaleriegattungen auch, ist mit einer 3,20 Meter langen Stahlrohrlanze und einer Seitenwaffe auf einem Pferd in den Ersten Weltkrieg geritten. Entweder wurden die Regimente aufgeteilt und als Divisionskavalerie eingesetzt, dabei hatten sie formal auch Aufklärungs- und Meldeaufgaben oder sie wurden als eigenständige Regimenter beibehalten und den höheren Kavaleriekommandos zusammengefasst. Dabei haben sie speziell 1914 in den ersten Tagen bis hin November 14 auf der Westfront eine enorme Jagd und zwar den Wettlauf ans Meer bestritten. Nach November 1914 ging an der Westfront im Allgemeinen der Krieg in einen Stellungskrieg über und die Kavalerie hatte keine Aufgaben mehr im üblichen Sinne. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Kavalerie in den Osten verlegt und hatte dort noch ganz andere Aufgaben. Dort wurden Patrouillengänge noch möglich und auch Polizeidienste erledigt. Auch da kam der Stellungskrieg relativ schnell und so haben sich auch die Kürassiere in den Gräben wiedergefunden. Auch die Kavalerie musste sich hier neuen Aufgaben stellen. Es wurden MG-Züge zuerst gebildet, dann ganze MG-Eskatronen. Das heißt, dass dem Stellungskrieg im Grabenkampf entsprechend auch mit MG-Feuerkraft eingewirkt werden konnte. Auf dem eingeblendeten Bild sieht man eine Stellung des MG-Eskatrons des Kürassieregiment Nummer 4 1917 in den Pripyat-Zümpfen an der Ostfront. Zu sehen ist das MG. Der Schütze auf der linken Seite hat den Stahlhelm M16 verkehrt rum auf dem Kopf. Das war relativ üblich für die Schützen, damit sie im Endeffekt besser durch das MG-Okular zielen konnten. Des Weiteren sind auch noch andere MG-Truppbesatzungen zu sehen. Die haben den MG-Trageriemen um und ganz zu rechten steht auch der Geschützführer, ein Offizier. Die Kürassiere mussten sich immer weiter den Gegebenheiten des Krieges stellen, im Grabenkrieg weiter eher Infanteriekampf machen als auf dem Rücken der Pferde. Somit hatte sich die Ausrüstung verändert, auch die Bewaffnung und letztendlich wussten auch die Pferde im Laufe des Krieges abgegeben werden. Der Degen als Seitenwaffe selber sollte schon relativ am Anfang des Krieges abgegeben werden und durch das Seitengewehr ersetzt werden. Das konnte nicht sofort umgesetzt werden. Viele Regimente haben das auch Monate oder Jahre später erst ihre Degen abgegeben. Es gibt sogar eine Episode, dass die Degen wieder ausgegeben wurden. Und zwar, wenn man Patrouille geritten ist, hatte man den Karabiner dabei, mit dem konnte man vom Pferd aus nicht schießen. Man hatte die Lanze dabei, mit der man sich halbwegs gut auf dem Pferde verteidigen konnte oder auch ein bisschen noch angreifen konnte. Gerade andere Patrouillen, da waren viele Kosaken unterwegs auf der Ostfront. Und ist die Lanze aber gebrochen oder ist sie einem aus der Hand geschlagen worden, was relativ schnell und häufig passierte, dann hatte man mit dem Seitengewehr keine Möglichkeit mehr, sich auf dem Pferd zu verteidigen. Und somit gab es sogar einen Fall, dass an das Regiment die Degen wieder ausgegeben wurden, damit sie sich halbwegs in einem Reiterkampf auf dem Pferd wieder verteidigen konnten. Die Pferde sind weg, die Waffen sind weg, der Krieg ist vorbei auf der Ostfront. Nach dem Frieden von Brest-Litovsk und nachdem sich der östliche Kriegsschauplatz etwas beruhigt hat, wurden auch dort die Kavalieregmente abgezogen. Man brauchte die Mannschaften, man brauchte das relativ unverbrauchte Unteroffizierschor. Und somit wurden schlagkräftige Einheiten gebildet für die Westfront. Das ist alles im Laufe 17, 18 passiert, sodass sie noch in den letzten Kriegsmonaten größtenteils auch an dem westlichen Kriegsschauplatz teilnehmen konnten. Dabei sind auch dann die höchsten Verluste entstanden über den Laufzeit des Krieges. Zum Beispiel das Garde-Curassier-Regiment wurde einmal komplett aufgelöst. Die Offiziere der Curassiere und andere Kavalieregmente, die nicht mehr ganz die Aufgabe so hatten, wie sie es eigentlich ursprünglich vor dem Krieg gedacht waren, haben sich auch sehr oft versetzen lassen im Laufe des Krieges. Von dem Grabenkrieg an der Ostfront weg sind entweder als Zug- oder Bataillonskommandeure an der Westfront eingesetzt und hatten dort auch relativ hohe Verluste oder haben sich zum Beispiel zu den Fliegergruppen oder Fliegertruppen gemeldet. Das Offizierskorps der Curassiere und vieler Kavalieregmente hatte sehr viele Adlige und letztendlich dadurch, dass diese auch dann im Osten und später im Westen einen großen Blutzoll zahlen mussten, sah man das so ein bisschen als die Schlachtbank des Adels an. Wie die restliche Armee auch, wurden auch die Kavalieregmente nach dem Krieg wieder zurück in die Heimat geholt, an Standorte befehligt und wurden dort aufgelöst im Jahre 18, meistens im Jahre 19. Somit ist die über 300 Jahre alte Tradition der preußischen Kavalieregmente zu Ende gegangen. Die Reste der Regimenter wurden auch in die Reichswehr übernommen. Auch die Tradition der Curassieregmente wurde in der Reichswehr weitergetragen, in Form von Traditionseskadrons. Die Reichswehr war ja erheblich kleiner an Regimentern als die vorherige Armee, sodass die einzelnen Eskadrons der Reichswehr die Tradition ganzer Regimenter der alten kaiserlichen Armee übernommen haben. Dabei passt das ganz gut, dass es ca. so viele Eskadrons gab wie vormals Kavalieregimenter. Eine Bestimmung des Versailler Vertrages betraf auch die Kavalieregimenter. Und durch diese Bestimmung hatte die Reichswehr erheblich viele Kavalieregimenter. Viel mehr als Bezug zu Infanterieregimentern. Von den 100.000 Mann, die die Reichswehr noch haben durfte, waren 26 Kavalieregimenter. Ein sehr großer Anteil, viel größer als in allen anderen Ländern nach dem Ersten Weltkrieg. So, das war es mit unserer Vorstellung der Curassiereoffiziere von 1870 bis 1918. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Lust habt, in der Zeit weiter zurückzugehen und vielleicht meinen Infanteristen aus dem Jahre 1866 zu sehen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Abo da und dann sage ich im Namen aller Tschüss, schönen Tag noch und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.